Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Das war's für mich. Ich nehme an, ihr seid nicht nur hier... Ich habe bereits ganz deutlich gesagt, dass es bei mir keine Umtauschmöglichkeit gibt. Tja, wisst ihr, es ist nur... Es ist mir herzlich egal, was für alle das Beste ist. Mich kümmert nur, was für mich am besten ist. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. 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 Ich habe bereits ganz deutlich gesagt, dass es bei mir keine Umtauschmöglichkeit gibt. Wie hartnäckig ihr seid. Das ist richtig rührend. Honmund gab schon auf, als ich das erste Mal Nein sagte. Aber ihr nicht. Na, schön. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Tun wir mal einen Moment lang so, als wollte eine gewisse Person einen ganz bestimmten Stab erwerben. Tun wir außerdem so, als hätte sie für den besagten Stab ein paar wertvolle Gegenstände eingetauscht. Und erst später kam der Gedanke auf, dass diese Person einen solchen Stab missbrauchen könnte. Das sich daraus ergebende Desaster würde ein schlechtes Licht auf alle Beteiligten werfen. Könnt ihr mir noch folgen? Ihr seid darin nicht sehr gut, oder? Hört zu, ich habe etwas gegen einen Stab eingetauscht und später festgestellt, dass das keine gute Idee war. Also möchte ich meinen Stab zurück haben. Versteht ihr jetzt? Endlich sind wir uns einig. Ich freue mich darauf, ihn bald wieder zurück zu bekommen. Je eher, desto besser, um genau zu sein. Grüßt Kalia von mir, wenn ihr sie seht. Nein! 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 Ich freue mich! Achtung! Du wirst du in den Stab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wer ist da? Da seid ihr ja. Kein guter Tag für euch. Das wird euch eine Lehre sein. Wer ist da? 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 Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ich wusste es. Bitte schneidet mich los. Bitte schneidet mich los. Danke, dass ihr mich dort herausgeholt habt. Waschnacks Zirkel hat mich davon gejagt und mich hier unten meinem Schicksal überlassen. Die Spinnen überlebt niemand lange. Bitte, helft ihr mir hier heraus? Wenn die Luft rein ist, versuche ich zu fliehen. Waschnacks Zirkel von Magiern. Wir, oder vielmehr Sie, leben hier. Sie haben recht deutlich gemacht, dass ich nicht mehr willkommen bin. Ich ging für ein paar Tage nach Rifton. Als ich zurückkam, warf Bajnak mir vor, ich hätte ihn an die Talmor verkaufen wollen. Ich wurde verflucht und davon gejagt. Meine Tochter kam in das Waisenhaus dort, als ich der illegalen Totenbeschwörung beschuldigt wurde. Ich hatte keine Chance. Fliehen oder sterben. Damals habe ich mich Bajnak angeschlossen. Aber es verging kein Tag, an dem ich nicht an Savela dachte. Also stahl ich mich davon, in der Hoffnung, sie zu finden und mit ihr davonzuschleichen. Aber sie war fort. In einem anderen Waisenhaus. Oder adoptiert, oder… Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Und so kam ich zurück und hoffte, dass mein Verschwinden niemandem aufgefallen sein würde. Jetzt bin ich zu schwach. Mit den Spinnen auf der einen Seite und dem Zirkel auf der anderen wäre ich tot, bevor ich aus der Höhle käme. Das sind keine schöngeistigen Akademie-Magier. Bajnak hat das Geschick eines Magisters und die Denkweise eines Kriegsherrn. Das ist ein gefährlicher Haufen. Aber wer in Ruhe die Totenbeschwörung studieren will, ist bei ihnen genau richtig. Das bin ich. Und ich will darüber keine Moralpredigt von euch hören. In den alten Tagen hätte ich meine Studien nicht verheimlichen müssen. Mhm. Jetzt bin ich zu schwach. Mit den Spinnen auf der einen Seite und dem Zirkel auf der anderen wäre ich tot, bevor… … 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 Achtung! Wer ist... ...wusste ich doch, dass ich etwas gelaufen habe? Wieder Biss halten zu! Die eure Elemente bleibt die Haut ab! Ey, so lange wir die Gelegenheit haben! Es wird euch eine Lehre sein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung. BR 2018 Was ist das? Das war's. Was? Mein Verstand spiegt mir straatje. Das war's. 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 Das war's.